Vor einer Woche habe ich hier noch Urlaub auf Balkonia gesungen. Jetzt ist es aber ganz schön frostig geworden, muss ich sagen. Ja, so kann es sein. Und dabei haben wir heute Sonntag den, aber es ist ja 28. Februar, schon wieder zwei Monate ist das Jahr alt. Das glaubt kein Mensch. Wie Zeit so vergeht und ja, was ist passiert, so gut wie nix. Aber das ist für mich nicht weiter schlimm. Und wollen wir sehen, wie es weiter geht hier auf dem Balkon. Ich meine, irgendwo ist es ja auch was wert, muss man sagen, sich so weit hier rüber zu lehnen. Ja, diese Balkongespeiche sind ja immer noch Experimente. So wie ich gestern experimentiert habe, wie man zum Beispiel Videos schneidet. Wie man mitten im Satz schneiden ja manche Leute oder mit dem Wort sogar. Und ich habe das dann auch mal ausprobiert, wie sowas ist. Und genau so probiere ich eben auch aus, wie es wirkt, wenn man mal in diese Richtung geht oder nach vorne geht oder nach hinten. Und wie das dann so läuft. Einfach nur Experimente. Okay. Vielen Dank.